Möchtest du wissen, wie sich Auswandern nach Australien wirklich anfühlt? Darum geht es in dem heutigen Video. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Und bei mir ist heute Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. Häufig werden wir gefragt, wie das eigentlich bei uns war mit dem Auswandern nach Australien. Wir waren von vornherein mit dem Herzen dabei, aber einfach war es natürlich nicht. Nur ganz kurz, wir sind beide Anfang 20 nach Australien ausgewandert. Ich war einmal vorher in Australien, vier Wochen Urlaub, Maren noch nie. Wir kannten absolut niemanden hier, wir hatten auch keinen langfristigen Plan. Im Nachhinein kann man das entweder als ziemlich mutig oder ziemlich dämlich bezeichnen, je nachdem, wie man es auslegt. Und meine erste Frage an dich Maren ist, wie war das denn bei dir, was war deine Motivation nach Australien zu gehen? Ja, also ich hatte das eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte raus aus Deutschland, weil mir mein wenig inspirierendes Studium, das schlechte Wetter, die allgemeinige negative Haltung in Deutschland ziemlich auf den Keks gegangen ist. Aber ich bin wirklich nur mit der Absicht nach Australien gekommen, um hier ein Semester zu studieren. Und dann habe ich verlängert, erst ein Semester, dann bis zum Abschluss des Studiums, dann habe ich noch einen Master dran gehangen. Ja, und irgendwann war das hier die Heimat. Zur Erklärung, wir haben beide erst in Deutschland studiert, Maren Biologie in Hamburg, ich BWL in Mannheim. Ausgewandert sind wir dann in den sonnigen Bundesstaat Queensland und zwar zum Ende unseres Studiums. Meine Frage an dich ist es, Christian, gab es einen Moment beim Auswandern, in dem du unbedingt wieder zurück nach Deutschland wolltest, in dem du gesagt hast, Australien, das ist nichts für mich? Den gab es am Anfang nicht, weil am Anfang eigentlich alles ein großer Zauber war. Aber nach einigen Jahren, vielleicht so nach vier, fünf Jahren, kam dann der Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, auswandern so, kann man wirklich für immer hier bleiben? Ist das überhaupt ein Ding oder muss man einfach irgendwo zurückkehren zum gewissen Punkt? Und dann so nach den paar Jahren wollte ich zurück nach Deutschland. Ja, ist ja ganz häufig, dass nach fünf Jahren so diese magische Grenze ist, wo viele Leute halt zurückkommen wollen. Ja, wo man diese Entscheidung treffen muss, war es halt nur ein Lebensabschnitt oder ist es für immer? Das liegt ja auch daran, dass nach fünf Jahren so ein bisschen die Romantik weg ist, ne? Diese Anfangsromantik, die Anfangsaufregung. Absolut. Romantik weg, sprechen wir wieder über ein nüchternes Thema und zwar das Visum, Maren. Wie war das bei dir? Ja, das war sehr, sehr schwierig. Und das Studentenvisum anzufangen, das war natürlich einfach. Und dann nach dem Studium gab es erstmal so eine Art Brückenvisum, mit dem ich dann länger hierbleiben durfte. Aber dann wurde es halt richtig schwierig. Mit dem Brückenvisum, da kommt man nicht in die Jobs rein, die man haben möchte. Ich musste lange kämpfen, hatte viele, viele Nachteile, auch finanzielle, um eine permanente Aufenthaltsgebung zu bekommen. Und das hat ganze sechs Jahre gedauert. Und dann hat es nochmal zwei weitere Jahre gedauert, bis ich dann endlich die Staatsbürgerschaft erhalten habe. Okay, also insgesamt acht Jahre bis zur Staatsbürgerschaft. Ja. Und dann gibt es ja diesen Test, den man machen muss, den Citizenship-Test. Wie war das bei dir? Fandst du den schwierig? Ähm, nee. Volle Punktzahl. Also man hat ja einfach so ein Testbuch auswendig lernen können. Das hat alle Fragen umfasst. Die Zeremonie, die war auch sehr schön, sehr feierlich, mit Ansprache der lokalen Politiker. Und man hat so eine Urkunde bekommen und so ein kleines Bäumchen. Das war ganz nett. Jetzt würde ich allerdings von dir gerne wissen, was fandest du beim Auswander am allerschwierigsten? Also was war deine größte Herausforderung? Am allerschwierigsten? Ähm, ich würde sagen die Unsicherheit, weil man immer nie wusste, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und auch einfach das Gefühl, so blöd es klingt, ein Ausländer zu sein, ja. Also erstmal unterprivilegiert zu sein. Ähm, einfach keinen Zugang zu Ressourcen zu haben, zu denen Australier Zugang haben. Nicht die Erfahrung zu haben, nicht wissen, wie das funktioniert. Und einfach auch auf so viele Dinge verzichten zu können. Bekannte Marken und Nahrungsmittel, so die Routine. Ja, meine Güte, ich habe die ersten fünf Jahre immer meinem Lieblingsfrühstück hinterher geweint. Das war so Schwarzbrot mit Magerquark. Gibt es halt hier nicht. Gut, mittlerweile schon, aber mit dem Quark haben sie es hier immer noch nicht so. Daran erinnere ich mich auch noch gut. Wenn du heute nochmal für die Entscheidung stehen würdest, auszuwandern, würdest du es wieder tun? Und falls ja, wohin würdest du gehen? Wieder nach Australien oder ganz woanders hin? Mit dem Wissen, das ich heute auch habe? Mit dem Wissen, das du heute hast. Ja, dann würde ich auf jeden Fall wieder gehen. Also in den letzten 20 Jahren, seitdem ich hier bin, hat sich die Welt ja schon sehr verändert. Alle Länder haben sich verändert. Ich finde, Deutschland und Europa hat sich insgesamt eher negativ verändert, ist zurückgefallen. So bestehende Probleme, die wir im Jahr 2000 vielleicht schon hatten, sind noch schlimmer geworden. Australien hat sich positiv entwickelt. Das zeigen dir auch Wirtschaftszahlen und Quality of Life Index, bla bla bla, all sowas. Also ich würde wieder hier hingehen. Ich denke, das ist immer noch ein ziemlich gutes Land im Vergleich zu vielen anderen. Ich würde es ja genauso, ja. Okay, Maren, was waren deine drei stärksten Gefühle, als du im ersten Jahr hier warst? Im ersten Jahr, also auf jeden Fall die Aufregung. Das alles ist neu, alles ist anders. Und Australien, spannend, das Land der Träume. Das war aber auch so ein Präsenzbewusstsein, also das intensive Leben im Augenblick, dass alles einem irgendwie sehr viel bewusster vorkam als ansonsten, weil man einfach so viel, mit so viel konfrontiert war. Und dann war es auf jeden Fall als drittes die Zuversicht, die Hoffnung auf ein neues Leben, auf was ganz Besonderes, was da vor einem liegt, was man noch nicht so richtig einschätzen konnte. Meine Frage an dich jetzt, Christian. Ja, bitte. Du wolltest ja schon immer auswandern, richtig? Ja. Und wie hast du dich darauf vorbereitet, nach Australien oder generell auszuwandern? Und was würdest du heute vielleicht anders machen? Also der Aufenthalt damals war ja eigentlich nur für acht Monate angelegt. Deswegen war die Vorbereitung eigentlich jetzt nicht so krass. Es war halt de facto ein Auslandssemester. Man hat sein Gepäck gepackt. Ich bin mit einem Koffer gekommen. Aber ich war nie auf einen so langen Aufenthalt, wie er jetzt plötzlich hinter mir liegt, vorbereitet. Deswegen habe ich nicht viel gemacht. Wenn ich es heute nochmal planen müsste, würde ich einfach ganz anders rangehen. Ich würde mich zuerst um das Thema langfristiges Visum kümmern. Das habe ich damals total vernachlässigt. Und ich würde auch alle meine Dokumente aus Deutschland mitnehmen. Sowas wie Geburtsurkunden und der ganze Kram. Das war sehr, sehr müßig, das alles im Nachhinein zu organisieren. Aber wie gesagt, es war ja nicht mein Plan, für immer hier zu bleiben. Und deswegen habe ich mich gewissermaßen selbst ins kalte Wasser geworfen. Und zum Thema Visum noch ein Wort. Ich hätte auch von Anfang an einen Registered Migration Agent gefragt. Einen Einwanderungsberater, der mir entsprechend genau gesagt hätte, so musst du es machen. Und dann hätte ich vielleicht auch in meinem Studium noch Dinge so ein bisschen tweaken können, um meine Visumschancen noch zu verbessern. Also ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Visumsfrage, die muss ganz am Anfang stehen. Und dann muss man, so traurig in gewisser Weise ist, sein Leben nach dem Visum richten. Ich glaube, ich hätte auch noch Sachen in Deutschland verkauft, bevor ich rübergegangen wäre. Dass man so ein bisschen mehr abbaut in Deutschland. Sachen so wie, keine Ahnung, Stereoanlage, die dann irgendwie auch den Wert verlieren, die man nicht unbedingt dann in Deutschland haben muss. Ja klar, anstatt Sachen jahrelang einlagern. Das bringt ja auch nichts dann. Maren, beschreib mal dein erstes Jahr in ein paar Sätzen, wie das hier war. Hui. Ja, das erste Jahr. Also ich erinnere mich vor allen Dingen an das Leben im Landcruiser im ersten Semester. Wir hatten so einen Toyota Landcruiser, der war hinten so ein bisschen ausgebaut. Da habe ich einen Fernstüb draus gemacht. Ultraromantisch, kann ich jedem nur empfehlen. Absolut toll. Dann kam das erste Semester auf dem Campus. Das war dann ganz anders. Und man hat halt, ja, mehr soziale Kontakte gehabt. Man hat so angefangen, sich so ein bisschen zu assimilieren. Die Routine und der Alter kam rein. Aber das erste Jahr, das war Abenteuer, das war Weite, das war diese neu gewonnene Freiheit, diese tausend Eindrücken, mit denen ich gar nicht hinterherkam, sie zu verarbeiten. Es war eine steile Lernkurve. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch in dem ersten Jahr extrem viel Zeit für das Englischlernen aufgebracht. So, jetzt kommt wieder meine Frage an dich. Ja. Christian, was hat dir am Anfang in Australien am meisten gefehlt? Beziehungsweise, was hast du am allermeisten vermisst? Am allermeisten vermisst? Die Dinge, die ich normalerweise zu Hause gemacht habe und die mir Spaß gemacht haben. Also ich war ja, zu Hause in meiner Heimatstadt war ich ehrenamtlich tätig. Ich hatte auch einen gut etablierten Freundeskreis. Ich war selbstständig. Ich habe damals eine Jugendzeitschrift herausgegeben. Und all das war plötzlich weg. Und das ist halt schon eine ganze, ganze Menge, wenn das wegfällt. Mhm. Ja. Was auch gefehlt hat, war dieses Gefühl der Verwurzelung. Dass man einfach so in seinem Heimatort alles kennt. Das Gefühl kennt ihr bestimmt auch. Man weiß, wie die Straßen heißen. Man kann Dinge einordnen. Ah, da macht ein Laden zu. Da macht ein Restaurant auf. Man kennt das alles so. Man trifft ab und zu Leute auf der Straße, die man kennt. Und plötzlich hat man all das überhaupt nicht mehr. Die Metapher, die mir aber eingefallen ist, als ich über dieses Video nachgedacht habe, ist, es ist ein bisschen so, wie wenn du eine Pflanze hast und die ist in einem Blumentopf. Ja. Und der Blumentopf wird zu eng. Und dann pflanzt die Pflanze irgendwie entweder in einen größeren Topf oder sogar irgendwie ins Gartenbeet. Und plötzlich ist die Pflanze zwar rausgerissen aus dem, was sie kennt, aber es hat mehr Platz, um sich zu entfalten. Oh, das war eine schöne Metapher. Ja. Und zum Thema Entfaltung. Wie war das denn für dich? War es leicht für dich, Anschluss zu finden in Australien? Nein. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Das fand ich überhaupt nicht einfach. Das war am Anfang so, dass man sich so eher in der internationalen Community aufgehalten hat. Einfach, weil man die gleichen Herausforderungen und Sprachbarrieren hatte und so. Und es gibt so große kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Australien. Und die Art der Freundschaften ist in Australien ganz, ganz, ganz anders als in Deutschland. Das ist einfach so. Und mir fehlte am Anfang vor allen Dingen so eine allerbeste Freundin, mit der ich einfach alles teilen konnte. Wie ich das aus Deutschland auch kannte. In Australien ist es ja eher so, dass man ganz viele Freunde hat, aber halt wenig mit so einer richtig echten Tiefe. Das stimmt auf jeden Fall. So, ich spiele den Ball wieder an dich zurück und frage dich, wie lange hast du gebraucht, Monstralien als dein Zuhause anzusehen? Also als deine Heimat quasi? Okay, also ich würde sagen, der Punkt waren diese fünf Jahre, die ich gerade angesprochen habe. Ich bin ja nach fünf Jahren nach Deutschland zurückgegangen, aus verschiedenen privaten Gründen. Habe dann aber festgestellt, dass Deutschland eben nicht mehr meine Heimat ist. Und bin dann wieder hier und zurück und habe das dann hundertprozentig angenommen. Frage an dich aus dem gleichen Kontext. Fühlst du dich jetzt eigentlich deutsch oder australisch? Also, ich fühle mich beides und keins von beiden. Und zwar, man verändert sich im Laufe der Zeit. Man passt sich gleichzeitig der neuen Kultur an und entfremdet sich der alten Kultur. Aber irgendwie sehen die Australien mich irgendwie noch als die Deutsche. Aber ich fühle mich nicht mehr als deutsch. Und was ich immer sage, ich bin ich und das ist es, was zählt. Also ich bin quasi kulturell nicht binär. Sehr schön, sehr schön. Ja, okay Christian. Jetzt kommt, was das wird. Deine Zuhörer sicherlich sehr interessieren. Ja. Wie hast du es eigentlich geschafft, dich finanziell über Wasser zu halten? Und wie hast du es geschafft, beruflich Fuß zu fassen? Ja, das Auswandern ist ja generell eine teure Angelegenheit, wenn man so viele dumme Kosten hat, die man eigentlich überhaupt nicht haben will. Während des Studiums habe ich hier zum einen gejobbt. Ich habe die Hausarbeiten von anderen Korrektur gelesen. Meine Eltern haben mich zu dem Zeitpunkt auch noch unterstützt, wofür ich ihnen sehr, sehr dankbar bin. Und nach dem Studium ging das dann mit der Jobsuche hier los. Und das war ja ein großer Flop, ich habe es ja schon öfters erwähnt. Ich hatte das falsche Visum und habe deswegen nur Absagen bekommen. Dutzende Absagen, immer wieder aus dem gleichen Grund. Keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung können wir nicht machen. Australische Arbeitgeber denken dann, dass man abspringt, dass man das ganze Training, das man bekommt, am Ende nicht nutzt und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich eigentlich sofort in die Selbstständigkeit gerutscht, weil das, das irgendwie auch typisch Migrant, typisch Ausländer, die einzige Option war, die übrig geblieben ist. Also ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang auch einfach extrem sparsam gelebt habe. Also es gab sehr, sehr oft Nudeln mit Soße. Ja. Oder so ein bisschen Suppe. Mein Luxus war einmal die Woche zu Subway zu gehen. Und zwar, wenn das, damals war ich ja noch nicht vegan, wenn es das Fleischbällchen, das Meatball-Sub für 5 Dollar gab, das Footlong. Ein großer Luxus, ja. Auf jeden Fall. Maren, die letzte Frage an dich. Ich weiß, dass dein Englisch am Anfang ziemlich mau war. Wie bist du denn, das hast du mir gesagt. Ja, das stimmt. Wie bist du denn da zurechtgekommen? Auch im Hinblick darauf, dass du irgendwann einen Englisch-Test bestehen musst für deine Permanent Residency, den ELTS-Test. Ja, das fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Man hat zwar in der Schule so sein Schulenglisch gehabt, aber das hat einfach nicht ausgereicht. Also ich habe am Anfang sehr viel gelesen. Vor allen Dingen gab es damals auch diese zweisprachigen Bücher. Ich habe Hörbücher gehört. Ich habe viel Fernsehen geguckt. Das mache ich normalerweise gar nicht so gerne. Aber ich habe einfach mir alles reingezogen, was da irgendwie lief. Und das war teilweise jetzt nicht besonders gut. Intellektuelle Sendung. Aber ist ja egal. Ist egal. Es ging ja auch um dieses Gesprachenenglisch, dieses schnelle Englisch. Gerade das. Genau. Ich habe an Veranstaltungen teilgenommen, wo viele Leute waren, habe mich unterhalten. Es ist kein Hexenwerk, das sind halt die Sachen, die man macht. Ich habe keinen speziellen Englischkurs gemacht, aber ich habe mir so ein paar Workbooks für Kinder besorgt, die man so ausfüllen könnte. Und die haben mir echt geholfen. Zuerst konnte ich ganz gut lesen. Das lernte ich in der Schule, wie gesagt. Dann kam das Schreiben. Als nächstes das Verstehen beim Zuhören. Und als letztes kam das Sprechen an sich. Interessanterweise war mein schriftliches Englisch durch das bewusste Lernen von Grammatik und Vokabeln einiges besser als das meiner Kommilitonen. Dafür habe ich halt jahrelang kein Wort verstanden, wenn alle so durcheinander quatschten. So, wir können noch stundenlang weiterreden. Und das würden wir auch gerne tun. Dazu würde ich aber von euch gerne erst in den Kommentaren hören, ob euch das Thema und dieses Format weiter interessiert. Falls nicht, auch so danke fürs Zuhören. Und falls ja, dann lasst es uns bitte wissen. Und wir plaudern weiter. Danke, Maren, für deine Zeit. Gerne, Chris. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Enger Stuhl. Haha, ich bin fast so groß wie du. Oh, meine Beine eingeschlafen. Uhuhu. Au, au. videogñorjud Talk 24 23 26